So, da sind wir wieder. Ähm, das hier noch ein bisschen begrenzen. Perfekt, sieht schon besser aus. So, okay. Auf zu Level 14. Würde ich mal sorgen. So. What the fuck? What the fuck? Oh. Ach ja, stimmt, da funktioniert auch ein Panzer. Kriegt jetzt auch ein Panzer? Oh, ja. Kann ich hier rein? Nee, ne? Fade. Das finde ich könnte die Kontrolle übernehmen. Das Bruder an mich reißen. Wie gesagt, du willst beherrschen. Folgt ihr mir jetzt eigentlich? Ich hätte jetzt meine, 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 meine Boy, meine Boy Crew. Weg. Na gut, dann kommt man mit. Ja, die kommen mit mir. Sehr schön. Hm, hm. Oh, das war die Schöne. Das war die Schöne. Das war die Schöne. Oh, das war die Schöne. Aber die Autos sind auch echt ganz unerzündlich, habe ich so das Gefühl. Oh, da fährt es alles ruhig. Naja, passt. Der Wand liegt hier gar nicht, ich bürfe noch auf. Boah. Gut, ich versuche nicht mal die Händen um diesen Sharpschitz zu kümmern. Geh doch um den da. Boah. Boah, Alter. Wo ist denn der? Da. Oh, ist erledigt. Danke. So. Gut. Ich versuche jetzt mal was waghalsiges. Etwas total Beklopptes. Etwas, was er in das Gleiche sucht. Und zwar... Mist, die Waffe gibt mir also keinen Schutz. Das ist tragisch. Gut. Alter, das muss man dann vorangehen. Boah, rangehen. Wo sind meine ganzen Kollegen denn? Na komm. Na komm mal her. Hey. Keine Gewalt hier. Was? Hilfe. Ich glaube, steht das beschossen. Ich glaube, steht das beschossen. Was? Oh, fuck, ey. Oha. Aber wo rutschst du denn her? Oh, nee. Hm, ich war da. Oh, nee. Superbar. Oh, nee. Oh, das kann ich jetzt grad nicht setzen. Ach du Scheiße. Ach, die können durch die Fenster? Du Kacke. Okay. Hups. Alter. Wieso kann man hier alles durch drauf rumlaufen und kaputt machen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. So. Okay. Ich hab jetzt eine massenlichere Position, hoffe ich. Äh, war klar. Alter, die Dinger? Fuck you. Fuck you. Oh, Alter. Ich war doch nicht mal in deiner unmittelbaren Umgebung. Kann ich mich dann bitte schon beißen? Äh, bin verloren. Ich kann, ich kann. Ich kann. Da wird 16 Leben, das kann ich ja vermuten, hier weiter zu machen. So, das ist jetzt. Kann ich jetzt mal einer? Na komm. Alter. So, wir haben jetzt irgendeine Karte aufgesammelt. Wahrscheinlich die blaue. Äh, wo ist blau? Wo ging's weiter? Kann ich mal irgendwo leben? Wenn's jetzt doch blaues. Na komm, komm. Na komm, komm. Danke. Der ist eine Position. Vielleicht gibt's ja dann noch Leben. Danke. So, okay. Wow. So. Dunkel war's gewesen. Und dann holte ich mein Besen. Wo krieg ich hier lang? Danke. Danke. Vielleicht hab ich ja Glück und find hier noch ein bisschen... Ach da. Leben. Gut. Was das dann gibt's nicht voll? Ja. Wow. Rüstung gefunden und komplett verbraucht natürlich schon. Ach Gott. Also ganz ehrlich, diese Lost Souls, das ist echt ein Krampf. Das war gut. Das war nicht so gut. Wobei er mich ja nicht getroffen hat. Ja. Komm mal her. Gut doch. Ah, danke schön. Oh komm. Alter, ich hab... Ah. Unsere Lebenswerte sind einfach sowas von weit unten. Okay. So, da geht's ruhig aus. Ah. Okay. Werte gibt's aber nicht. Fuck. Ich war jetzt noch bei der früheren Version dieser Map. Also bei Brutal Doom Starter Pack. Da gab's hier hinten ein ganz geniales Secret. Da musste man irgendwie sich hier über diese Dinger hangeln. Aha. Was? Oh. Man muss jetzt sogar hin. Okay. Dann war das so. Ich dachte eigentlich, das war optional. Ach ne, da hinten. Da. Seht ihr das? Das ist ein Secret. Das ist optional. Mal. Hier musste man ja zu bleiben. Okay. Dann gehen wir zur roten Tür. Die ist da. Ja. 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 So. Hier wird das nicht drauf. Ja. Das macht's überhaupt keinen Sinn. Boah. Scheiter. Fuck. Ja. Klar. Stimmt. Wir sind letztens da lang gegangen. Das gesamte Ding hier ist optional. Heißt also, das mit der roten Karte ist optional. Und ermöglicht mir den Zugriff auf das Secret hier. So ist das gemeint. Oh. Alter. Ich wollte doch nur springen. Du. Oh. Nee. Du Hure. Fick dich. Du. Hure. Ach man ey. Jetzt komm her. Komm. 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 Kommst du schön oder gehst du noch? Ah. Fuck. Ja komm. Ich lauf jetzt. Ach nein. Ach man. Du schlacken. Du schlacken. Du schlacken. Was hast du gerade schon Wort? Was hast du gerade schon Wort? Lass uns doch mal durch. Das man hier echt bei jedem Sprung erstmal speichern muss. Weil man quasi schon weiß, dass es sowieso verkackt ist. Äh. Bitte. Äh. Also hier unten ist was hinter mir. Aber das war doch nicht das wo ich hin musste oder? Ja. Ich hab dich ein bisschen überfragt. Nee. Sag aber nicht was da man hin muss. Das ist bescheu. Da vorne muss man hin. Aber wie kommst du denn denn da hin? Ach. Ja. Ja. Okay. Ich erinnere mich wieder. Das haben sie wahrscheinlich so gelassen. Und wenn ich mich richtig erinnere, muss man mich hin zu rum. Äh. Hoffentlich lohnt sich die ganze Kacke überhaupt. Und ich mach jetzt hier nicht grad einen auf komplette Verschwindung meiner physischen Kräfte. Da sind wir eh nicht hin. Och man. Mhhh. Mhhh. Diese Sprünge. Das ist so. Affenack. Fuck. Bam. Und jetzt hier rauf? Hier rüber? Muss ich damit hier rüber? Und da muss man nämlich rauf. Alter. Geiler. Das kann ja was werden. Ja. Das wird nichts. Ich versteh dieses Spring-System hier nicht. Geht doch. So. Und als wenn dieser Sprung nicht schwer genug war, muss man jetzt hier rüber springen. Schön an der Hauskante vorbei. Aber ich hab's geschafft. Wow. Das war's. Waa. Oh Mann. Okay. Und wenn wir's grad geschafft haben, werde ich jetzt wieder 50 Stunden umbrauchen und den wieder schaffe. Sag ich doch. Ahhh. Noch einen Versuch und wenn er scheitert, flieg ich rüber. Okay. Flieg ich rüber. Also. Wow. Normalerweise hier rüber. Dann fließt man hier rüber. Und voila. Hier landet man irgendwann. Wenn man denn gelernt hat zu springen. Jetzt ist das verknackt. So. Jetzt müssen wir wieder zur blauen Tür. Dann. Kommt. Aaaaah. So. Und da war. Oh. Hwist du? Ja. Oh boy. Ooh. Oh! Oh, come here, come here. So, this never smud. This never smud, this never smud. Oh, he's coming out of the bush. Hä? Oh, Alter, ernsthaft? Ich f*** mein Leben! Och! Ich f*** dich! Gott, Alter! Nein! Nein! Halt! Stopp! Das will ich nicht! Das gibt's doch gar nicht, Alter. Wer ist denn so ein Dreck? Wer macht da bitte schön so Müll? Alter, ernsthaft, Leute! Alter, ernsthaft, Leute! Alter! Ich versteh das nicht! Warum gehen Sachen kaputt, wenn man drauf rumläuft? Ich meine, in welcher Logik liegt das bitte schon zugrunde? Ja! Vor allem... Das war doch bei Vanilla-Summi-Zoo, oder? Ich bin davon aus. Und ich komme. So, dann gehen wir hier raus und müssen das Ding zerstören, nur dann muss es nicht zerstören. Es ist so komplett warmgezählt einfach. Danke. Ach Gott. Das war gut. Das war gut. Oh, Alter! So, habe ich mal mit Raketen verschwendet, weil da liegen drauf, weiß Raketen und... Ah ja, leider kommt man zu diesem Auto nicht mehr zurück. Das heißt also... Alter! Mittlerweile habe ich Angst, um nur alleine in der Nähe von Auto zu stehen. So, jetzt muss ich hier nämlich aufpassen. Okay. Auch deswegen, aber das war eigentlich nicht so was ich gemeint hatte. Oh, Alter! Ja, es läuft jetzt! Ich bin wieder hoch! Guck mal! Guck mal! Genau! Oh! Ah! Ich kann dich durch die Führung bringen, oder was? Obwohl er hat 8 Schaden bekommen. Was? Nein, ich kann nicht rüber. Leck mich. So. Okay. Das ist so dumm, dass ich mich selber treffen kann. Oh, Alter. Der Gewaltstoß! Der Gewaltstoß! Der Gewaltstoß! Der Gewaltstoß! Der Waffenscheck! Der Gewaltstoß! Der Gewaltstoß! Der Gewaltstoß!